Die Zeit läuft. Hallo liebe Löckchen und da bin ich wieder. Ich habe mir gedacht, ich habe heute nämlich noch was vor, dass ich euch einfach mal meine Quick-Routine mit Styling, Föhn, allem drum und dran vorstelle. Und falls ihr Interesse am Gaming habt, habe ich meinen neuen Gaming-Kanal, meinen Zweitkanal jetzt online gestellt. Es geht erstmal nur um Sally Face, aber das werdet ihr auch schon sehen und das wird sich bestimmt auch noch machen. So, ich würde jetzt mal sagen, ich springe unter die Dusche und sonst wäre es nämlich keine schnelle Routine mehr. Jetzt bin ich in der Dusche angekommen und ich würde mal sagen, ich mache für euch mal den Timer an. Und dann schießen wir schon mal los, ne? Das war's. Das war's. Tschüss. Das war's. Das war's. Musik So, komplett die Waschroutine. Stoppen wir jetzt mal. Und da sind wir bei 6,45,24. Also die Waschroutine, die ich euch schon gezeigt habe, ist kein Muss, ne? So, ich habe mich jetzt nochmal schnell geschminken, schnell nochmal angezogen. Ich zeige euch jetzt, wie ich style, Gel reinknalle, wenn es schnell gehen muss. Ich muss dazu sagen, meine längere Routine, die ich euch auch oben verlinken werde, die macht halt eine bessere Definition. Ist klar, die Stylingergebnisse sind besser. Aber wenn du schnell gehen musst und du hast fettige Haare, dreckige Haare oder was weiß ich nicht, dann ist das eigentlich so eine ganz gute Alternative für die normale, lange Routine. So, dann. Also das geht jetzt mit Föhnen, die Zeit, ne? Und die Zeit läuft. Musik Ich habe die Kamera erwischt. Aber man sieht nichts von den Tröpfchen. Ich habe ein Haar im Gesicht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020